Nein, leider noch nicht. Oh, wir sind live drauf. So, wir sind hier im Megadrom mit Kai und Hakan, die möchten aber nicht gefilmt werden und wir machen jetzt eine Fast Lab Challenge. Das heißt, wir fahren Kais XB4 und wir fahren jeweils fünf Runden, also Kai, Hakan und ich. Und dann gucken wir mal, wer die schnellste Einzelrundenzeit hinkriegt. Und ich darf anfangen. Oh Gott, ist ja laut. So, jetzt geht es los. Oh, zu schnell. Nein, zeichne ich an doch jetzt. Es versetzt. Oh, du hattest schon eben 16,4. Boah. Oh nein, jetzt habe ich darf. Boah, jetzt sagt es so geil. Und? Ich muss sagen, gut. Ah, dritte Runde, ne? Das wird schon mal nix. Boah, ist das... Ich hab dich gespälzt gewollt. Echt? Ich werde die Challenge wohl verlieren. Jetzt kommt meine letzte Chance, hm? Ja. Okay, vorsichtig. 26, aber. Ja, das war nix. Mach! Mach, mach, mach! Nein! Das gibt's doch nicht. Wie fährt denn die Karre? Oh. Und? 20,1. Was war meine schnellste? 17,2. So, ich hatte eine sensationelle 17,2. Wer ist jetzt dran? Der Kai. Kai ist da direkt drauf. So, Einführungsrunde. Kai hier noch mit verkehren. Ah, ist so ein Zweifel wieder. Na, es sieht gut aus. Und los. Und tschüss. So, erste Runde auch schon mal versaut. Nicht bremst, sondern nicht bremst. Ja. Über 24,6 war das. Das wird auch schon wieder nix. Schön. 19,5. Noch nichts verloren. Sauber. Oh. Pass auf. 17,2. Ah, schon schneller als ich. Gut. War das die letzte Runde? Boah, sauber. 17,2. Aber ich glaube, ich die letzte. Dann zählt er nochmal. 17,3 war das. Ja, du hast es schon schon geschafft. So. Das war 17,2. Also 14 ist schon mal schneller als ich. Und jetzt kommt der Profi. Jetzt liest der Kai wieder die Rundenzeiten vor. So, erste Runde. Ein bisschen verkehr, aber das macht natürlich nix. Der rollt sich selber ab. Wahrscheinlich trotzdem schneller. Ja. Und. Oh. So, Hakan. Dann zweite Runde schon mal versaut. Und. Oh. Dritte Runde. Oh. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Und? Achso, hat's doch noch nicht. Kai! Sofort! Kai! Ja, vierte Runde. Ja, das sieht gut aus. Rundenzeit, Kai? 16-3. Oh, 16-3. Wie viele ist jetzt die letzte? Hakan gewinnt hier, klar. Hakan fährt eine Sekunde schneller als du und noch schneller als ich. Hat er fünf? Ja. Ich fährt die letzte hier. Ah, okay. Und? 16-1. 16-1! Hey, du hast gewonnen, Hakan. So. Ja, absolut. So. Hakan hat hier mit einem fremden Auto. Weil er fährt sonst sein Yokomo YZ4. Klar gewonnen mit 16-1. Kai fährt hier schon sehr gut mit... Was hattest du? 17-2. 17-2. Und ich bin nur Mist zusammengefahren und hab nur 17-6. Kann man nichts machen. Hat trotzdem Spaß gemacht. So. Nächste Laptime Challenge. Dieses Mal mit Hakan. 18-1. Ich bin gespannt. So, Einführungsrunde. Da ist so viel Power drin. Ich bin hier vorher genau so, wie du siehst, war eigentlich der Bekundin ausgefahren. Ich bin zu weit gefahren. Gut gerettet. Ja, ist ein bisschen verzögert. Ja, schon schneller als mit Kais. Wo will ich hin? Ich bin da zu schnell, weil der da auf der kleinen Geraden schon so einen Speed macht. Mann, fuck! Hier, das ist Heftel. Ja, rollen. Ach, da hatte ich einen Hacker drin. 16,4. Das fährt schon besser. Ja, das klappt ja mit gut. Kai, warum fährt denn dein Auto nicht so schön? Das fährt doch so schön. Nee, mit deinem komm ich nicht klar. Der fährt ja viel besser. 16,4. 16,4. Oh, gar nicht so schlecht. Guck mal, Hakan. Ja, ich komme ich nicht klar. Ja, ich habe Fungo. Ja. 15,9,55. Jetzt geht es aber ab, ey. Das wird etwas schneller. Zwei Sekunden schon fast schneller als mit Kais. Wie viele Runden hatte ich? Sechste. Ach so, ja gut. Dann ist Kai jetzt dran. 15,9,55. Also deutlich schneller als mit Kais XB4. Fährt sich irgendwie harmonischer. Und jetzt ist der Kai dran. Mal gucken, was er mit einem fremden Auto so machen kann. Du fährst da auch besser mit als mit deinem. Vielleicht liebst du gerade noch einen schriffigen Klipper. Jobi, jobi, jobi. Zauber. 16,7. Ja, 16,7. Schon gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen. Wow. Das war schnell. Aber nicht auf der Strecke. Zu weit. Die Power ist enorm. Zauber. 17,1. 17,1. Wow. Welche Runde? Dritte. Ach so. Schade. Die wird nichts. Knapp zu kurz gesprungen. Einer hast ja noch. 2. 2. Ja genau. Ich hatte 6. Ja genau. Zwei letzte Runde. 17,5. 17,5. Oh, schön. Genau, sauber. Und weg. 16,8. 16,8. Was hatte ich nochmal? 15,9. Ja. Schon mal deutlich schneller. Sehr schön. So, jetzt ist der Hakan dran mit seinem eigenen Auto auf seiner Heimstrecke. Jetzt muss er liefern. So, jetzt aber Hakan. Einführungsrunde. Oh, das darf ihm gleich nicht passieren. Aber los geht's. Oh, das war schon mal nichts die erste Runde. Ja, jetzt will er wissen. Okay. Zweite Einführungsrunde sozusagen. So, jetzt aber vorsichtig angegangen. 17,6. 17,6 war das. Natürlich mit Fehlern. Ist ja fehlerfrei. Das sieht sehr sauber aus. Sauber die Treppe genommen. Infield. Schön eng gefahren. Da bin ich gespannt. 15,9. 15,9. Die Zeit hatte ich auch. Aber da wird er jetzt natürlich nochmal was draufsetzen. Weil das war nur eine Sicherheitsrunde. Ja, das sieht sehr flüssig aus. 15,5. 15,5. 15,5. Ja. 15,5. 15,5. Wie viel? 15,2. Wow, wir nähern uns ja 14, ne? Schon 7 Zehntel schneller als ich. Ja, jetzt hat er einen Flow. 15,3. Das sieht wie aus einem Fluss aus. 16,0. Waren das 6 Runden? Ja. Jo, das waren 6 Runden. Also 15,2. Ja. Also Hakan natürlich hier. Klar gewonnen mit 15,2. Aber ich bin sehr stolz auf mich. nur 5 Runden gefahren oder 6 und 15,9 erreicht. Und damit habe ich dieses Mal den zweiten Platz geschafft. 10,0. Ja, das wird krank. Es wird echt krank. Ja, das wird krank. Das ist Marcin Schuch. Heißt, war die Augen und habe nicht vergeteilt. Das war's nicht so wichtig. Das war's nicht so wichtig. Ja, das war's nicht so groß. Ich habe mich nicht so großes Ziel.